Jo hier nun herzlich willkommen zu einem Video von mir. Sorry dass ich jetzt hier Minecraft bin, aber ich mache gleich einen Livestream auf den City Brains Kanal. Und zwar, worüber ich jetzt reden möchte, über TG13. Es ist so, dass wirklich TG13 durchgekommen ist. Und ich sage da jetzt groß nichts dazu, mich juckt da so quasi nicht, weil TG13 ist immer und immer und immer wieder beste. Weil es ist so, dass, wie soll ich sagen, Youtube ist halt das, dass man sich einfach Videos gönnen kann. Aber die Leute, die davon leben, sind dumm, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Weil ich meine, äh, um faul zu sein, um eine, äh, also Leute, die, die, die arbeiten Tag und Nacht und die haben so schweres Leben und bekommen nicht mal 3k oder so, ja. Und da gibt es Leute, die YouTuber sind, zocken den ganzen Tag und bekommen 10k pro Monat. Und ich finde es einfach so gut gemacht, irgendwie auch von den Politikern, dass sie das jetzt so eingeschränkt haben. Weil irgendwie akzeptiere ich es auch, ja. Natürlich sind das ältere Menschen und so, ja. Aber ist es mir egal, weil es noch Twitch und so gibt. Aber Twitch ist immer das beste, Digga. Und solange Twitch immer noch am Start ist, juckt mich das so groß nicht. Und um auf den Punkt zu kommen, ich werde jetzt keine Videos mehr auf diesem Kanal machen, beziehungsweise schon, doch schon Videos. Aber ab dem Zeitpunkt, wenn das dann stattfindet, ja, werde ich keine Videos mehr machen. Ihr könnt mal gerne alle auf Twitch folgen, ne. Weil da werde ich dann jeden Tag live streamen mit einem recht korrekten Typen. Der heißt Eingreif-Trupp, können mal gerne vorbeischauen. Recht korrekter Typ. Und ja, mit dem starte ich so, wie soll ich sagen, ein quasi neues Leben. Es ist so, dass ich halt jeden Tag, also wir sind quasi richtig gute Kumpels. Erst zwar viel älter als ich, aber trotzdem. Es ist so, dass ich dann halt oft jeden Tag fast mit dem zocke, jeden Morgen so. Und, äh, 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 das ist ein schilliger Typ. Und mit dem, äh, also, das hat jetzt hier nichts bedeuten, oder soja. Aber es ist so, dass ich, äh, äh, quasi, der hatte halt 800 noch was Abonnenten auf Twitch. Und, äh, der unterstützt mich halt so, wisst ihr, und das heißt, dass ich halt oft so auf Twitch livestreame. Und YouTube ist halt jetzt nicht mehr so mein Ding, wisst ihr? Das ist also jetzt Fernsehgucken am Start, so ist mein Ding, weil es still egal ist, wisst ihr? Gut, aber so bin ich ganz normal, YouTube wird weiterlaufen, bloß halt, dass ich dann ab dem Zeitpunkt, wenn das jetzt so ist, dass es alle Videos gelöscht werden oder keine Ahnung, wird es so sein, dass ich dann halt aufhören mit YouTube. Gut, also vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe, das wird sich noch schnell ändern mit Artikel 13. Und ja, bis zum nächsten Mal aufhören. Danke fürs Zusehen, ciao.